Michael Fehl ist mein Name, von der Firma K***. Kennen Sie Lotto? Sagen wir ganz leise, ich gewinne. Kennen Sie jemanden, der zu viel bezahlt? Und während des Gesprächs haben Sie sich entschieden für die... Guten Tag, Sie wurden ausgenust für das Gewinnspiel... Sie haben gewonnen! ...aus gesetzlichen Gründen Ihre Erlaubnis, Sie jetzt und auch zukünftig telefonisch informieren zu dürfen. Möchten Sie Geld sparen? Okay, Geburtstag bitte. Ich brauche Ihre Daten, nicht nur die Kontonummer, das war's. Hallo, ich möchte ein Spiel spielen. Wenn du während dem Gespräch auflegen solltest, wird es trotzdem mit dir geschehen. Nur wirst du dann nicht wissen, was mit dir passiert. Den Großteil deines Lebens widmest du dafür, andere Leute anzurufen, ihre Kontonummer abzufragen und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also, ab jetzt wird jedes Mal, wenn dir am Telefon eine Zahlenfolge, die länger als drei Ziffern ist, genannt wird, die über das Headset ein neuronaler Impuls direkt ins Gehirn geschickt werden. Du wirst nichts davon spüren, dein Unterbewusstsein aber sehr wohl. Du wirst höchstens ein Knacken wahrnehmen oder so etwas wie ein Leitungsrauschen. Jeder Impuls erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gehirn langsam zu einem nutzlosen Kunden wird. Kopfschmerzen könnten an Anzeigen sein, dass du wieder einen Schritt weiter damit bist. Also, jede genannte Kontonummer, mit der du Leuten wie Geld nimmst, wird dir immer wahrscheinlicher deinen Verstand nehmen. Außer du bringst dein Leben in Ordnung und besorgst dir eine ehrliche Arbeit. Übrigens, meine Kontonummer lautet 3, 8, 5, 6. Glückwunsch, dein Kopf hat soeben seinen ersten neuronalen Hut erhalten. Das Spiel beginnt.